und damit herzlich willkommen zurück zu der fahrt ist von hier weiter geht es hier in unserer kleinen beschaulichen siedlung weiter geht es ne dann müsste aber dann lass mich mal überlegen hier auch hier markt platz hin hier müsste ein markt platz hin warum stelle ich denn die kaserne dahin warum bin ich denn so blöd warum bin ich denn so blöd dann könnte ich aber jetzt ist häuserrücken angesagt jetzt ist häuserrücken angesagt wenn ich die straße lasse die passt ja auch aber dann könnte ich das feld vergrößern wir haben winter so lass mich gucken raus kannst du nicht alle direkt abreißen so die alle entfernen du auch raus dich setze ich um dich setze ich da oben hin oh wo setze ich wo kann ich dich da erst irgendwo ich muss irgendwo hinsetzen 57 62 dich setze ich da hin so die straße weiß ich raus ja das auch ja die auch ja so dann bauen wir ein neues feld ach noch größer kann ich müsste das stimmen ne 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ja das stimmt so hab ich das schon mal dann kommt da nämlich ein ackerfeld rein mit mit zaun so dann kommt da ein schöner zaun drumherum vier 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 fünf 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 da kommen links und rechts zwei türchen rein so dann habe ich hier schon mal ein großes feld und ja sehr schön dann könnte ich nämlich quasi hingehen und hier direkt noch eins hin bauen da brauchen wir mit dem startring noch eins hin zwei da kommt da auch das feld rein da müssen jetzt mal ein bisschen ackern hier dann müssen jetzt ein bisschen ackern dann kann ich die nicht nachher rüber schieben das stimmt doch gar nicht scheiße ich muss auch bis dahin muss ich die muss ich verschenken das spiel das macht mich echt fertig so macht mich echt fertig das spiel die bleiben so ne die felder ja die bleiben so das heißt ich kann den schon mal hochziehen die stimmen auch nicht ich muss hierhin hier muss ich hin was habe ich hier schusser wertstadt hier ist ein großes feld werkzeug waffen die kannst du verkaufen so dafür kaufe ich werkzeug auch ich werkzeug rüstung könnte ich kaufen aber die könnte auch nachher selber machen hast du eine kuh ich brauche kür hast du nicht hier warum hast du denn keine kuh warum hast du denn keine kuh das stimmt nachher so dahin muss ich da da muss anfangen mauer zu ziehen oder so wobei da ist ein turm ne einer weniger sehr schön wo sind denn meine soldaten wo sind denn meine soldaten gebäude zerstört ja habe ich mir gerechnet ist aber nicht schlimm würde die immer angreifen wo sind die denn bitte da ist ich muss hier türme hinbauen ich gehe ja gar nicht hier ich gehe ja gar nicht hier dann jetzt Müsst es fertig sein, ne? Ja. Kampfgebiet markieren. Oh! Cool. Das geht also auch. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ähm. Jetzt lass mich überlegen, wo waren wir? Hier waren wir, ne? Dorf wurde geplündert. Gebäude zerschüttet. Eins. Plünderer getötet. Sechzehn. Ja. Wieder aufbauen. Den bauen wir wieder auf, logischerweise, ne? Wenn ich den jetzt hier, dann würde ich zwei Stück reinkriegen, ne? Vorne und hinten. Dann bausche ich die nämlich da hin. Dann nehm ich die nämlich raus hier. Wobei, warte mal. Ne, ne. Ich hab's mir anders überlegt. Wie die letzten zwei Folgen auch. Ich hab's mir anders überlegt. Ich muss erst mal hier gucken, was ich mache. Ich muss erst mal hier gucken, was ich mache. Sonst funktioniert das nämlich hier nicht. Dich schieb ich jetzt erst mal da hin. So. Du raus. Du bist Lager, ne? Du gehst auch raus. Dich setz ich. Dahin. Du bist Gerberei. Dich schiebe ich dahin. Und jetzt bitte einmal mit Tempo. Dich schieb ich hier. Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Tapa hat ein bisschen Scheiße gebaut. Tapa hat mich nicht aufgepasst. Das war nämlich das Problem. Tapa hat einfach nicht aufgepasst. Raus damit. Raus, 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 raus. Dorf ohne Gehalt. Ja. Du bist die Querstraße, ne? Ja, genau. Du musst auch raus. Ja. Du musst im Stand auch raus. Ja. So, du bist weg. Sehr schön. Und raus mit dir. Du kannst schon nicht da. Bist du weg, bist du weg, bist du weg. Boah, sehr schön. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt werden Ackerfläsche gebaut. Ach so groß geht gar nicht. Einmal. Dann kann ich mich jetzt den Zaun drumherum ziehen. Zaun. Zaun. Zaun, zaun, zaun. 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 Da kann ich mich direkt hier nach dem nächsten Ackerfältchen bauen. Du gehst raus. Ja. Du gehst da hin. Dann mache ich mich hier einmal das gleiche in grün. Na, 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 na. Okay. Da, Straße. Da. 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 Nächste Ackerfläsche. Äh. Zaun. Zaun, zaun, zaun. Da muss ein Zaun drumherum. Einmal. Dann wieder, wieder, wieder ein Türchen. Einmal. Zweimal. So. Dann kann ich mich die Kompostiere jetzt da oben hinstellen. Da stört er keinen. Da stört er keinen. Sehr gut. Du brauchst Wasser, ja. Das machen wir aber gleich. Das machen wir gleich. Ich kann es nämlich direkt kompostieren. Das ist nämlich das Schöne. Obst und Gemüse. Sehr schön. Hast du auch Obst und Gemüse? Du nicht. Warum hast du denn kein Obst und kein Gemüse? Weil du da mit drin steckst, ne? Schöne. Schneesturm, Schneesturm, Schneesturm. Warum denn? Dann fehlen uns noch die Zielsteine. Aber ist ja nicht schlimm. Also den habe ich. Dann kämen hier nämlich Häuser. Ihr müsst Spalten anfangen. Ich habe nicht kein Holz mehr. Ihr könnt da mal rausgehen. Hallo Schneesturm. Hallo. Hallo. Arbeit eingestellt. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. Dann machen wir mal ein bisschen schneller. In der Zeit trinke ich mal ein bisschen. In der Zeit trinke ich mal ein bisschen. Sieben und neunzig. Ja. Aber passiert eigentlich, wenn die drei Felder voll sind. Was passiert dann? Nichts, ne? Sechs. Sechs. Kämen zwei Sechserfelder dann, ne? Weil ich hier jetzt recht in Erinnerung habe. Da. Da käme hier. Hier käme das Sechserfeld hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Dann das Sechserfeld. Ja, du bist Sammler. Dann sammel dir doch Essen. Sammel dir doch Essen. Sammlerhütte. Hatte ich hier nicht noch irgendwo einen Jäger? Ja. Da steht auch einer drin, ne? Ist unzufrieden. Ja, weiß ich. Weil kein Essen da ist. Weiß ich. Ach, mal voran hier. Müssen wir mal gucken, dass wir mal Fleisch hier kriegen, ne? Da haben wir mal ein bisschen Fleisch hier kriegen. Erste Steuern eingenommen. Und Nahrung. Also wieso habe ich hier gar keine mehr? Hältst du die Grenzen, ne? Meine Nahrung. Dann hätte ich aber mal eine Kuh. Guck mal, ich kann meine Weide einstellen. Gute Qualität. Er könnte Händler. Sehr schön. Vielleicht hat er ja eine Kuh. Das geht erst mal raus. Da kommt der nächste Händler. Oh, du hast zwei Kühe. Sehr schön. Raus mit denen. Also Kühe habe ich schon mal. Dann kann ich davon 80 verkaufen. Davon verkaufe ich auch noch 40. Neue Händler ist eingetroffen. Du hast Fleisch. Kaufe ich auch noch ein bisschen. Dafür kann ich dir verkaufen. Was kann ich dir denn verkaufen? Kleidung. Nein, du kann ich dir verkaufen. So, 1400 hast du. 1100 hast du noch. 1100. Logisch haben die Hunger. Es soll nicht warten, oder? So, das war's Kuchen. So, das war's Kuchen. Aus damit. Sonst nichts, ne? Sonst nichts. Lege die Weilefläche, ja? 10, ja? Wähle möglichst früh aus wie viele Vieh gestartet werden soll, um Fleisch und andere Produkte zu erzeugen. Beliefert Unterkunft. Hütet. So. Hütet, 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 hütet. Kann keiner mal Essen holen hier. Das in Gebäude gelagert wurde, um das Vieh im Winter zu ernähren. Du kannst ein Vieh mit Getreide, Wurstelgemüse und oder Heu füttern. Lass mich raten. Ich habe kein Getreide, ne? Wurzelgemüse, Getreide. Wo habe ich denn hier Wurzelgemüse? Weißdorn, Weißdorn, Weißdorn. Das hätte ich natürlich nicht gut, wenn ich meine Vieh hier nicht... ...Vogelnest. Kohle. Die Kohle. So, wo war ich denn? Oh, guck mal. Dreckt man durchjagen hier, dann. Drückt man den da rein. Das macht man dann hier in Folge ja auch noch mal. Wobei, da könnte ich auch den ein... Machen wir das so. Machen wir das so. Dann kann ich aber jetzt hingehen. Und den Imker. Genau. Den kann ich jetzt hier reinstellen. Da, Störterkeit. Kompostieren. So, dann habe ich den nämlich auch direkt kompostiert. Sehr schön. Wie sich das gehört. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite... ...au noch rüber, ne? So. Wunderbar. Weißdorn, Weißdorn, Weißdorn. Darüber. Ja, logisch nehmen wir euch auf. Ja, logisch. Na, logisch nehm ich euch doch auf. Da müssen wir echt aufpassen, ne? Ähm. Wo? Raum? So. Müsst ihr reichen, ne? Du unterhältst auch noch alle? Da ist der Arzt, ne? So. Kann ich aber da. Einen zweiten reinpacken, weil ich habe ja jetzt neue Leute bekommen. Und ich könnte... ...die auf 10 erhöhen. Sehr schön. Wunderbar. Da. Ja, schön. Ah. Jetzt mal gucken da, mach dir mal nieder da. Haha. Du hast nichts mehr, ne? So, geh mal da hin. Geh mal da hin. Was sagen meine Kühe hier? Ich muss den jetzt schon reparieren, ne? Oder? Ne, 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 ne. Den glaube ich ja jetzt nicht. Bäckerei reparieren. Wir bräuchten Mehl. Also das heißt, wir bräuchten mal ne Windmühle. Ich weiß, aber ich hab nichts. Ich hab kein Wurzelgemüse hier. Der kann raus. Da ist noch Ton. Da ist auch noch Ton. Das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.